So hier ist das Sudoku und ich habe das hier ausgewählt. Evil also gemeingefährlich, sehr böse und mal sehen was hier passiert. Okay, da kommt schon mal eine 2, da ist eine 2, 9, da ist eine 4, hier eine 1, okay, und 6, gut, können wir hier drüben gucken, da kommt eine 6 hin, oh ja, da ist eine 3, 2 und eine 8 hier, hier kommt eine 4, 9 und 3. Gut, wir sehen hier drüben, 3 und 1, ja, und dann hier kommen die 1 und dann kommt eine 5 hin, und eine 3 hier, eine 8 dort, und hier kommt die 8 hin, das ist die 8 hier unten, und das ist eine 9, und wir sehen, 9 und 6, okay, und dann ist das natürlich einfach, hier kommen die 2 hin, und da haben wir natürlich die 5, okay, 4 dorthin, 1 hier, eine 6, und dann natürlich die 1 hier, und die 1 dort, und hier ist dann 9, und dann hier die 9 natürlich, hier die 7, oh, da ist natürlich eine 1, und dann die 2, und hier, und dann noch eine 5, und dann die 6, und dann die 7, und dann hier noch die 7 rein tun, und hier natürlich die 7, und die 2, und 5 und 8 hier, und noch eine 8 dort, und 6 und 4, und dann eine 4, und dort eine 5, und hier eine 5, und dann eine 2, und hier eine 3, Und dort die 2, natürlich hier 4, 6 und 7. Okay, mal sehen, wie ich das geschafft habe. Alles richtig, 2 Minuten 14 Sekunden für dieses Gemeingefährliche. Und mal sehen, wie gut meine Zeit ist. 1 Prozent, das heißt 99 Prozent der Leute würden mehr Zeit benutzen als ich. Und hier die meisten Leute durchschnittlich benutzen oder brauchen 11 Minuten und 58 Sekunden.